Deine Ausbildung bei uns, der Zimmerei und Holzbau Steffen Otte. Wir suchen lernfreudige, zielstrebige Nachwuchszimmerer für die vielfältige Arbeit mit Holz. Wir bieten einen traditionellen und doch modernen, sich ständig weiterentwickelnden Handwerksberuf, verbunden mit der Liebe zum Holz und der Arbeit an der frischen Luft. Wir sind ein kleines, motiviertes Team, bei dem sich jeder, ob Meister, Geselle oder Lehrling, auf Augenhöhe begegnet. Nach deiner Ausbildung und einer entsprechenden Berufserfahrung bieten sich die vielfältigsten Weiterbildungsmöglichkeiten. Egal ob Abitur oder Realschulabschluss, wir suchen dich. Magdeburg und wir freuen uns auf dich.